Ah, siehste? Mal guck, da ist noch wieder einer. Ja, ist er. Exzellent. Blüder Sack. Genau, gib doch mal das Ding hinterher. Ich glaube, das ist ein Entführungsraumschiff. Oder wie so heißen die. Ach, du Scheiße. Deswegen haben wir noch so viele Betäubungswaffen dabei. Opsala, Moin, Tag. Erzeihung. Nochmal. Ein bisschen Husten. Eigentlich bin ich gar nicht krank, aber das Husten geht auch nicht weg. Im Monat nicht. Ich kann auch, dass so ein Winter normal ist, aber ich habe im Winter immer Husten. Und Schnupfen. Na, das ist immer dicht. Scheißegal, ob ich erkältet bin oder nicht. Ne, komm her. Da drunter schießen wir auch. Yes. Das meine ich. Genauso war es geplant. Ah, arme Sau hier. Da haben wir schon vergessen. Ist nur noch Toter. Ja, der soll sich noch bewegen, ne Helga-Vogel. Sauber. Keine Wunden, ist ja schön. Ne, so muss die jetzt wieder weiter verarzten. Da muss er jetzt stehen. Ja, kann er noch nicht hinlaufen. Das ist ein Treiberarzt. Gut. Ist nicht verwundet. Der ist mir wegstirbt hier, die Dressau. Ich nehme mal eben die Munition weg. Bevor er gleich aufsteht. Er ist vielleicht selbst angeschlagen mit seinem komischen Betäubungsdingens, ja. Was ich auch in der Hand habe. Und ist jetzt von der Granate halt komplett betäubt worden. Finde ich ganz okay so. Ah, Drecksau. Ich habe es fast geahnt. Schreck mich nicht so, Penner. Gibt es doch nicht, ey. Ui, da ist ja noch einer. Sehr schön. Kein Bock, dass die Energiequelle kaputt geht. Deswegen wollte ich nicht direkt auf ihn drauf schießen. Alter Schwede, was ist denn hier los? Ne. Da habe ich schon geheilt, glaube ich. Bin mir nicht mehr sicher. Jetzt können wir den hier eben nochmal lang schicken. Da verpasst man ab und zu welche. Ach, die hätte ich vergessen. Die muss auch noch angezogen werden. Ach. Oder noch Leute, so. Also, ein steter Strahl, äh, Schwall. Irgendwas um den Beinen war es. So. 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 Weißt du, du sollst da hinlaufen, du doofe Gans. Und die blöde Knarre mal wegschmeißen. Nervt. Wir sollen die hier mal langsam zusehen, dass sie da hocheiern können. Sollten wir, glaube ich, auch im Auge behalten. Wir werden wahrscheinlich eh sterben. Das ist aber halb so schlimm. Da können die möglicherweise nicht hinlaufen, die Jungs. Ja. Zack. Das fallen den Mist. Betäubt, der Junge. Ach, alles aus den Taschen verloren, ne? Ist so merkwürdig immer. Fallen um und die Taschen, den Rucksack, alles entleert sich so. Oh, das ist so ein bisschen sehr skurril. Oh, da kann man durch die Tür rein und war tot. Oh. Junge. Mach mich nicht schwach. Die wurde angeschossen. Ist hier völlig Wurst. Hier hast du eine Hüfte, alter. Oh, souverän gelöst, Leute. Das ist super. Junge. Junge. Ich fühle mich so beschießen, ey. Oh, man muss ja aus den Camp. Ich will nicht in die Ecke laufen, der Knecht. Ah, der trifft noch zwei, Claire. Clarence, Entschuldigung. Clarence? Ist das die ehrliche Männername auch? Ja. So. Oh, kack. Raserungut, ey. Okay. Mann, 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 Mann. Ja, fangen sie dir, du Draxer. Ja, gut, ist aber egal, ist nicht so schlimm. Der Onkel gibt's noch? Oh. Gut, dass er nicht bewusstlos geworden ist. Äh. Ah, da gehen wir nicht mal flanken, wa? Ein Trick sagt er unten. Wo ist er denn? Ja. 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 Super. Ich schliff grad meine Hand ein. Das ist mir auch ewig nicht passiert. So meine Maushand. Ja. 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 Ja, Bruder Sack, den kriegen wir doch gleich. Hier immer noch mal kurz rein looken. Oh, na? Das ist hier verstecken, wa? Ist nicht Verstecken ist hier nicht, ey War's das jetzt? Immer noch nicht Ich muss mal eine kleine Aufnahmepause machen So, da bin ich wieder, da wollen wir die letzten von den Viechern auch mal eben abmurksen, ja? Oh Mann Betäubungswaffe, um hinterher rennen So, die hat er schon gelitten Oh Komm, weißt du, was wir mit dem machen können? Da können wir abmurksen Da wird nicht betäubt Vergiss es Sehr gut, da ist auch scheinbar nichts mehr Und wo ist die Ratte, ey? Oder der Treiber vielmehr Der hat doch hier noch einen von meinen Leuten abgeschossen Hä? Ich glaube, ich bin schon abgemurkst Diese scheiß Nahrungsbehälter hier Ganze Stierköpfe drinnen sind Ekelhaft Abhängig Treiberanführer, genau so einen wollte ich haben. Ist immer noch einer am Leben, das gibt es doch nicht. Mal wieder aufwecken, bevor ich hier ganz alleine bin. Gut, hier oben ist schon mal alles frei. Der lebt auch noch, steht da auch noch rum. Ach, das war großartig. Jetzt muss ich einen finden, der einen Betäubungsschlagstock hat. Du bist alle tot. Was dran, die Ahnung? Ah, toll, die ganz oben. Great. Steh, du Pisser. Ziemlich das Dumme, wenn man zu viele betäubt hat. Ja, genau, geh mal weg da. Dann verliert man die Übersicht und stellt halt wieder eine auf, weil er wieder bewusster der langt hat. So. Doh, alter Wache. Naja, so ein bisschen hol. Dumme los, ey. Nerv, ich glaube, ich schmuck sie gleich einfach ab. Scheiß auf Kriegsgefangene, Alter. Ähm, aber drei haben wir nur verloren. Lebend aus der Dschütze 2 ist hier gut 3 werden können. Aber gut, mehr Punkte werden es halt geworden, aber so wichtig ist das jetzt auch nicht. Und jetzt verkaufen wir nochmal eben eine Runde. Dieser Kack-Nacht-Mission, dass ich aber hasse die Pest bisher. Ja, Chirurgie, Nahrung, alles weg damit. Und wieder Legierung ohne Ende. Das finde ich sehr gut. Hier ein paar Treiber. Granaten. Blaster haben wir auch 2. Für Plasmata, Plasmi, was auch immer. Plasma-Gewehre, die keiner braucht. Schon sind wieder gemachte Männer hier. Komm, hier. 2 für den Köln verkaufen. Nee. Navigation brauchen wir nicht so viele. Hört damit. Sehr gut. Und das war's für heute. Ich wünsche euch nochmal einen schönen Tag.